ich hätte die gescheißküche auch oben hin bauen können. was ist los? c sehr gut 100 gut ok skill baum hier erstmal den und nochmal den und dafür haben wir nichts mehr gut die preise senken auch immer gut wenn wir noch über machen wir den nochmal aha sterbe warum stirbst du was los hallo passi junge grüß dich youtube ich bin sofort wieder da da sind wir wieder mussten gerade mein geburtstagskind gratulieren geht das ist noch nicht frei ok aber das hätte ich jetzt auch nicht gekauft das wäre verschwendung gewesen wir kaufen erstmal noch zwei tische ja okay dann müssen wir das regal umstellen das machen wir mal bewegen jetzt stellen wir das hier rüber meinst du klappt doch ja zu heiraten vorher also ich habe es mit absicht nicht machen wollen weil ich lieber richtig an wegballern wollte du kannst ja auch so stellen sie mal so hin da kommt man noch gut durch wir müssen wir den einmal verschieben so gut jetzt bewegen nee gehen wir da mal wieder hin wie teuer ist gut das ist nicht so teuer 450 das geht auch noch jetzt verkaufen wir die scheißhäuser 27 die 28 kommt schneller als du denkst ich bin auch gefühlt morgen schon wieder dran ich würde auch gerne noch mal ein bisschen jünger sein ja doch doch noch mal so zehn jahre kurzzeit wäre schon ganz geil muss ich den hier trennen nö nö den kann ich mit kabel der hat hier wie quasi beim äh quasi wie beim wie beim Dings ist das ne äh ist das quasi wie beim Rasenmäher oder beim beim äh Staubsauger drehen 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 und kriegen wir da so noch nicht hin ok so 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 jung aber auch nicht in diesen verkorkste welt oh ja 24 wäre ich gern nochmal ciao ciao zusammen vielen dank passi sehr sehr gerne ich wünsche dir noch einen schönen Abend schönen Abend gute Nacht euch ein vaneta dankeschön wünsche ich dir auch vielen lieben dank für deine Biddies vielen lieben dank fürs zuschauen und denk dran morgen gewinnspiel gewinnspiel äh 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 Okay warte, jetzt ist das ganze Kabel jetzt alles im Arsch. Bewegen. So, kriege ich da jetzt drei so ne Mopeds hin. Gucken, dass die auch gut zur Wand stehen. Ja, sieht gut aus. Eins, zwei, drei, leicht versetzt alle, das ist irgendwie blöd, aha, so nehmlich, ach da ist noch einer, warum nimmt der random das Ding, nicht das was man zu letzt hatte. Gut, dann haben wir hier drei, den Ofen würde ich auch verkaufen und das auch und den Kühlschrank tatsächlich doch auch. Dann verkaufen wir hier, komm die verkaufen wir auch, dann ist gleich besser. Dann würde ich hier einmal so einen richtig schicken Kühlschrank hinbauen. Passt das von der Dings? So. Dann kriegt der eine neue Steckdose. Geht ja nicht hinter, ne? Geht gut. Power. Zack. Geht denn auch alles nicht so schnell kaputt. gut. So, dann brauchen wir ein Fritteuse brauchen wir ja dann auch noch. Einen schicken Ofen, der ist noch gesperrt, nehmen wir den. Dann kriegt der auch eine Steckdose. Zack. Dann eine Fritteuse. eine Friöse. Eine Friöse. Power. Dann ein Burgerbrutzler. Dann ein Burgerbrutzler. Die geht eigentlich hinter. Okay. Dann kommt die Hatter drüber. So, bewegen. Machen wir eine mittig, ne? So, was haben wir da noch? Bespüle brauchen wir noch. Das machen wir noch nicht. Machen wir nächste Runde. Gehen wir die da hin? Ja, ne? Ne. Okay. Nicht schlimm. Dann nehmen wir halt nochmal hier so eine kleine. Die passt da auch nicht hin. Dann kommt sie hier neben. Ich hoffe eine reicht auch. Ich hoffe nicht, dass ich hier drei Köche gleich in die Quere komme mit einem. Schwenkel. Ich hoffe nicht, dass ich hier noch einen Schrank habe. Ich hoffe nicht, dass ich hier noch einen Schrank habe. Dann könnte man nämlich auch nochmal hier so einen schönen Automaten aufbauen. Die anderen Sachen haben glaube ich alle jetzt Strom gekriegt, ne? gut. Gut, weil ich würde nämlich jetzt auch gerne alles dann ins Menü mit aufnehmen. das machen. Also alles, was wir zumindest können. Also alles, was wir zumindest können. Jetzt Apfelkuchen. Alles rein. Ah, okay. Dann brauchen wir doch die Maschinen. Ah, okay. Warte. Dann muss ich kurz gucken, dass ich die wieder rausnehme mit den Maschinen. Das machen wir gleich. Pilsuppe. Hamburger. Mhm. Das Fritteuse haben wir. Nuggets. Passt. Passt, passt, passt. Passt, passt, passt. Eiscreme kommt wieder raus. Popcorn auch. Nur die beiden waren es. Okay. Okay. Gut. Dann gehen wir hier auf den, ein über den eigentlichen. Na ja. Machen wir gleich. So. 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 Oh, jetzt schön für Pommes, ne? Schön für Pommes erstmal 9 Dollar zahlen. Warum nicht? Die Chicken Nuggets sind billiger. Achso, das sehe ich noch nicht. So. 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 Kribo Junge, grüß dich. Bist du stramm oder was? Könnt ihr noch sitzen oder liegt ihr schon? So. Hoch, 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 hoch. Hier schon für so ein Caesar Salad. Auch erstmal schön, achso. Das war schön, für, 15. 9. Was haben wir hier noch? Trutan. Und dann müssen wir gleich noch die ganzen Zutaten auch noch kaufen. Herrgottszeiten. So. So. Na. So. Alles drin. Aha. Da ist wieder was kaputt. Äh. 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 Nein. Okay. Hier hat alles Strom. Und die könnten wir eigentlich jetzt öffnen. Jetzt öffnen wir. Und hier Lebensmittel kaufen. Kaufen wir. Kaufen wir. Kaufen wir. Wir brauchen ja quasi alles. Gefühlt. Ich hoffe, wir kriegen auch alles dieses Ding. So war eigentlich. schon. Oh. Die bestellt bestimmt was, was wir noch nicht drin haben. Wette ich mit dir. Wette ich. Natürlich nicht. Nicht genug Ausrüstung zu kochen. Ausrüstung oder Lebensmittel. Nicht genug Ausrüstung zu kochen. Okay. Wenn das natürlich noch steht, wenn wir die Sachen alle drin haben. Nicht genug Lebensmittel. Okay. Dann fehlt noch irgendwas. Dann müssen wir den Laden doch nochmal schließen. Warte mal. Aber hier ist doch nichts, was wir nicht haben. Wir haben doch eigentlich alles von den Sachen, die da oben der Voraussetzung stehen. Ja. Halt. Wenn hier jetzt irgendwo eine Sache bei ist, kann ja nicht sein, dass hier alle nur diese eine Sache da wollten gerade. Kühlschrank haben wir doch. Wir haben einen Kühlschrank. Das ist doch ein Kühlschrank, oder? Oder wird das hier als etwas anderes deklariert? Kühlschrank. Wir haben Kühlschrank, wir haben Spülbecken, wir haben Töse, wir haben Burgerbrater, wir haben Ofen. Ach, wir haben keine Köche. Da ist der Fehler. Dann brauchen wir nämlich noch einen. Absteigen. Und den nächsten einstellen. Das ist der Steven. Und hier machen wir den auch nochmal schnell. Eine. Hallo. Ein, so ein Ding hin. So. Jetzt aber, oder? Ich glaube schon. Jetzt könntest du nur noch an den Lebensmittelscheitern. Oh nein. Ich brauche hier noch eine. Das wird dann ist sehr, da muss ich doch mal richtig flutschen hier, das Geld, ne? Alter, so viele Mitarbeiter. Das wird teuer. Das wird teuer. Ich hoffe, die Plätze reichen, wenn nicht, müssen wir draußen noch Plätze aufstellen. Wir sehen's dann. Da kommt der erste. Ach, guck mal, da kommt der andere Taker, Junge. Mika, grüß dich. Danke für dein Raid mit zwei wunderschönen Menschen. Äh, aha, sagt er, aha, sagt der DE, der grüßt euch. Alter, sind die gerade abgehauen, weil keine Lebensmittel da sind? Ne. Gut, 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 gut. Alles Gute zum Jubiläum. Dankeschön, Mika, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ein Jahr, also, es kommt mir ehrlich gesagt noch gar nicht so, äh, so lange vor, muss ich wirklich sagen, also, ging sehr schnell rum dieses Jahr. Und, ja. Alles Weitere bequatschen wir mal morgen. Beim Gewinnspiel, oder vor dem Gewinnspiel, nach dem Gewinnspiel. Ich freu' mir schon. Ich freu' mich. Auf jeden Fall dabei sein, Mika. Falls du morgen nicht streamst, auf jeden Fall mit dabei sein. Wenn du es schaffst und der DE da auch, würde ich mich freuen. Oh, jetzt kommen die Leute aber hier ran. Also, Kiez ist aber rund hier. Und die Tür zu. So, alles drin? Alter, Falter. Ob ich da nicht vielleicht ein bisschen zu voreilig war mit allem, weiß ich jetzt nicht. Oh, 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 oh. Ich habe wegen Dienstunterbrechung endlich Feierabend. Muss morgen halt, du kannst dich in sechs Stunden. Was? Bitte, was? Wieso, Unterbrechung hast du unterbrochen? Hast du gesagt, du willst jetzt Kopfhund drum gucken? Sag mal, Kopfhund, wie hast du dich etwa frisch rasiert? Sieht es heute so anders aus? Ja, ich bin frisch rasiert. Ab und zu geht das mal. Weh, hier ist ein Rauchmeter kaputt. Trinkgeld, trinkgeld, Müll, trinkgeld, 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 trinkgeld. Ach, guck, war sie auf dem Pott. Ich muss jetzt natürlich auch immer häufiger mal hier gucken, ne? Das bestellen wir uns. Sehr schön. So was sehe ich bei Männern immer sofort. Das ist halt immer auch ein Riesenunterschied, weil der war ja auch schon relativ lang gewesen, der Bart. Ja, ich sehe das tatsächlich auch sehr sofort bei Männern und bei Frauen. So, ach guck, da wird schon gezockt. Alter, jetzt könnte ich aber auch nicht mehr bedienen, sage ich ganz ehrlich, ne? Jetzt ist hier ein bisschen Trubel. Jetzt fangen diese beschissenen Rauchmelder an, hier, ne? Jetzt geht's los hier mit dem Ding. Okay, wir bestellen einfach alles, was unter 20 ist. Alles unter 20 wird bestellt. Nach und nach reingebracht. Also quasi machen wir jetzt nichts anderes mehr als Essen bestellen und, ja. Trinkgeld einkassieren. Und wischen. Und so Werbung schalten ist jetzt nicht. So, so, so. Oh. Also ich will auf jeden Fall diese Aufgabe da noch voll kriegen. 12 von 20 haben wir. 8 brauchen wir noch. 8 verkaufen müssen wir noch. Schauen wir mal, müssen wir auch mal auffüllen. Das ist echt geil. Was sind 94 Geräte? Hallö. Kaufen wir mal davon. Ja gut, dann machen wir bis 8. So. Mein Geld. Mal wieder was reinbringen. Und wenn das wieder drin ist, können wir schon wieder was Neues bestellen. Das geht jetzt rucki zucki hier. 7, 7, 7 haben wir zirka. Jetzt müssen wir euch immer hier abkassieren. Oh, meins. Irgendwo ist auch wieder dreckig. Wahrscheinlich draußen irgendwo. Yeah. Okay.